großartig ich glaube dass das was hier passiert so anstimmung vor allem auch an unterstützung egal was passiert dass das schon besonders ist und ja das muss man auch wertschätzen da darf man dann auch mal die die wertschätzung glaube ich so mitteilen und das ist glaube ich für das programm insgesamt ein großer vorteil und ein starkes punkt ja